... ... ... ... So... ...wann wieder zu den Lagerhallen gehen? Ja... ...da steht ein Kopkarren mit auf der Kreuzung Ähm...längst von den Lagerhallen steht ein Kopkarren auf so'n Parkplatz, die können wir auch holen Siehst du die? Ne Egal, lass den Lagerhallen Ich fang jetzt mal nicht vorbei, ja Packst du aber noch Oder auch nicht? Ja, ja, ne, ich bin im Rosenkreis gefungen, ich geh kurz hier rein in das Haus Jo, ich komm sofort zu dir Ansonsten wäre ich zu dir gekommen Willst du auf jeden Fall noch Military? Ich hab Shotgun, Helm, AK Ich hab AR, Magnum Keinen Helm, AR hab ich jetzt auch gefunden Bei mir im Haus ist einer Ich komme Will ich nicht am Schreibtisch stuckgebleibe Will ich nicht am Schreibtisch stuckgebleibe Ach du hast'n schon? Naja, ich weiß nicht, ob hier noch einer ist Da liegt ne AK und Revolver drin Ich cover dich Ich brauch bloß die Revolver-Munition, AK habe ich zwar, aber Will ich ja nicht behalten, ich bin fertig Ja, wau mal mit, wer weiß, was passiert Wie gesagt, in dem... ähm... Oh, lol Oh, echt nen Helm, ich hab keinen Helm Ah, ich hab einen, nimm mal mal Hast du nen Military für mich? Im anderen Gebäude, wo ich war, lag einer Egal, scheiß drauf Lass mal hier, hier looten gehen Da, wo die Tür aufmüsse, da ist der Military drin Okay Dann noch einen finden Hinter uns stepped, glaube ich Versteck dich mal, ich steh hinter der Tür Ich hab nichts gehört Gehen wir nicht, ja Also, im Sehen bin ich auf jeden Fall besser als im Hören, sagen wir's so Willst du noch Rear-Munition? Jo Da liegt vorne, liegt noch Revolver aufm... Jupp, ups Ja komm, jetzt kannst du dir... Der pusht mich, brauch Hilfe Komme Wo ist der andere? Weiß ich nicht Das erste Mal in meinem Leben, da ich zwei Shotguns hintereinander getroffen hab Vielleicht war das ein Solo-Spieler, ist nur du Aber das war sein Mate, von eben Kann auch sein Nimm mal alles raus, was du brauchst Du hast ja grad gefressen, dann cover ich dich Hast du ne Shotgun? Nein Habe alles kam... Habe alles kam... Hast du jetzt schon Military oder nicht? Ja Okay Bei mir... Ja ich hab'n Helm Bei mir liegt noch Darktape... Ach ähm... Shotgunning meine ich Okay Ich steck dir hier nochmal ein Mech hin Hier liegt noch ein Mech AR Okay Weil die Cockcore steht immer noch auf der Kreuzung Ich hab halt noch keinen Ersatz, ja Äh, da hinten steht auch ne Cockcore, welche nehmen wir? Egal, entscheid du Naja, das hinten an der Kreuzung nehmen Weil da hinten können die überall oben auf den Dashern pimmeln Auch nicht gerade das schönste Lass mal hier reingehen Gibt es hier den Drop? Kannst du den Drop? Hier liegen zwei Helme Drei Helme drin Du hast ja immer AR Munition hier liegen Ja, im Regal liegt noch Äh... Helm Jetzt hab ich zwei Ersatzhämmel direkt erstmal Hier liegt noch AR Munition und Military zum Schreddern Ist das ein Wastebit gewesen? Äh, ja Achso, ich hab selber schon eins, vergesse es Ich hatte gerade ein Military Soll ich auch zwei Ersatzhämmel? Ja, hab zwei Cockcore Voll, also Looter ist jetzt ganz okay Wie gesagt, der Drop ist Richtung Ost-Nord-Ost Wie viel AR? Wie viel AR-Bolitz hast du? 180 insgesamt Ich hab halt noch keine Schuhe Ich hab jetzt insgesamt 200 160, ich hab keine Poliz Wie hast du jetzt hier? Ähm... Wo war denn der Drop? Echt? Ost-Nord-Ost Oh, guck mal hier Oh Leute Vor dem Monkey Warte Ich muss mal rein gucken Ja, keine Ahnung Fertig War einfach richtig im Ausland-Ost Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Siehst du den noch? Ne, ist wahrscheinlich nicht mal gut Den kann man jetzt direkt Richtung Ost-Nord-Ost Oh je Berge und Luft Das passt nicht in einen Satz Wo? 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 Ich mein, ich hab's ja auch schon geschafft Bei einem Berg Bei einem geraden Bergwofahrenden Frontstift ruf zu machen, ja? Das war... Ich werd mich nicht überschlagen, ja? Ich mach hier grad alles safe Nein, alles gut Die Frage ist, weiter geradeaus oder hinter uns? Was ist der Drop? Ja Darf ich doch mal was auf jeden Fall? Das wird nicht mehr weit sein, aber ich weiß auch nicht genau woher gelandet ist Ich müsste jetzt eigentlich fast in der Nähe sein, ich vermute mal in der Straßennähe Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Die Linke muss warten Was ist der Gitter mit dir? Ja Wenn ich, wenn ich, wenn ich fahren will, dann kann ich das auch Es wäre schuld, jetzt sind wir wieder hier angekommen Wow Weißt du? Ein Mast. Umkreis von 100 Metern. Ja, der Drop ist jetzt die Frage, ne? Ja, der ist heute nur Nordost, aber wie gesagt, der war echt ziemlich weit weg. Ich war jetzt einfach von hier mal straight Nordost. Ey, wir sind schon durch so viele Berge gefahren. Vicaro, die lebt einfach noch. Ja, Mann. Kann doch vielleicht auf der anderen Seite vom Military sein. Im Ernst? Da liegt sogar ein Helm drin. Willst du ihn holen? Ja, wo ist denn eigentlich da drinnen? Hier, in dem leichten Ding. Ja, gleich. Hier, neben dem Außer. Vielleicht für einer Soldat oder so. Als ob. Auf geht's. Der Drop würde jetzt schon lange weg sein. Tja, ich höre nicht noch mehr die Bombe, Alter. Ja. Vor uns ist nur grüne Cover. Ja. Lass mal gucken, wie viele drinsitzen. 2. 9. Bäumler. Ich höre immer driften, wenn ich einsteige. What the fk. Ich setze auch ein Auto oder nicht? Nein. ich habe auf jeden fall dürft geräusch aber es ist genau wie viel die untergeschossen haben sogar drei militärische inventar erweinert auch zwei wenn du es mal was brauchst jetzt noch schuhe und könnte mir einen schredder den geben wollte ich bald zwei extra helme mache ich ein kaputt jetzt fällt er ein dokt er aus dem auto kritisch 36 grün oder 20 rot nach cover egal hier unten suche nach dem auto stehen ja öfters welchen ein fehler und wir laufen links von uns ist ein polizei wir steigen hier an auf den stein aus er hat halt kämpfe an und das ist weg ich habe einen stein 0 sein mate ist noch draußen hinterm stein ja ich stege eigentlich der 2 und keinem weg raus 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 da kam ein schuss auto 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 ich muss mich heim hier oben ist noch sein mate daun hinter der ist noch ein auto hinter mir sind noch zwei autos steck ein bringt hier oben die karre fuck oh die gehören auf jeden fall zusammen nicht fuck alter die karre breng ich kann nicht jetzt die einer daun kann auch daun was magie junge auf geht's lass hinlaufen ich glaube das ist eine frage weshalb der raus piekt und in der höhe hat genau bestimmt meiner kriegt halt 2tap deiner kriegt 2tap wir haben jetzt vier stück zum looten guck mit dem auto irgendwo gegen gefahren hat wieder was gebracht hat mein hat einfach 400 money haha alter oh der hat noch ne body armor nice oh 6 äh dingens ey wie sollt der 6 dukt tape ja und 61 shotgun money alter ja ok der hat auch nen bogen mit aber mit nem bogen kannst du dir ja keine brauchst du ja dein dingens ähm 70er grote oder äh 50er warte war das 50er rein 50er cop rein 50er cop oder wollen wir die zwei hier noch looten oder beziehungsweise den einen vielleicht bräuchte denn noch äh was bräuchte ich denn noch ich hab noch so viel platz ich weiß gar nicht was ich noch bräuchte ja den hab ich doch hier äh ah war der stein glaube ich hä ja hier ich bräuchte vielleicht noch ein bisschen also übertrieben gesagt ein bisschen AR-Munition ich hab 260 insgesamt aber ich hab noch ja tut mir leid aber mein hat nur noch 400 im Inventar alter Schwede ey fuck mach ich n jetzt so wollen wir lieben pfff also ich kann mir jetzt noch 5 Kevlar machen von oben vom Berg ja ja weg das war die falsche Kerre die brennen ja 5 same war noch übel laufen rechts rum warte nimm du den ich nimm den anderen stein aber ich hab schon wieder nicht geflasst einer hat 2 Hits warum kann ich denn den scheiß Helm nicht nehmen achso weil das ein Paktar ist hinter uns sind auch was geht das auf dich nein wir sind hinter uns im Wald geht aber nicht auf mich wie gesagt mein Helm ist weg und mein Kevlar ist weg siehst du die rechts oben viel drum laufen ja der wird oben am Stein beschossen ja ich sehs der eine haut ab hat leider noch zufällig einen Helm nein aber ich hab noch ich kann dir einen droppen oder zwei ich hab hier zwei gedroppt ne 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 das ist safe das ist safe das ist safe aber von da laufen auch noch zwei ja keine ahnung die sind aber gleich bei uns die zone ist so nah doch die laufen rechts oben von dir ja ich sehe es okay immer die helme mit immer die helme mit ich schaub zur roten karren einer teilen weg die laufen vor mir links Ja, ja, ja. Wollen wir im Wald aussteigen? Ja. So, die sehen nicht so gut aus. Alter, umläuft uns! Wir kommen rein! Hey, Deck. Down. Rechte Down. Ja, wie du uns schon acht Kills hast, Mann. Komm rein. Hier oben holen wir uns auch noch. Leute, die haben die ganze Zeit in den Kopf. Alter, Alter. Jawoll. Nee. Ich hier raus. Boah, renn wir nicht vor die Flinte. Oh, lol. Oh, lol. Die sind auf der anderen Seite, genau. Die sind auf der anderen Seite, genau. Noch einer down. Da ist kein Helm. Ähm, das will ich nicht. Hatten. Sehr schön, Maggi. Also, ich hab 15 Schüsse gegen den Stein gesetzt, ich Idiot. Kannst du mir einen Helm legen? Obwohl ich loot einfach schnell einen hoch. Ich hab halt echt gar keinen mehr. Nice. Der hat schon noch drei und Body-Armor. Nice. Seitdem, was ich bräuchte, wer wieder Armonition. Äh, mein hat noch 200. Warte, ich komm mal den hinten kurz durch. Ja, der hat dann auch noch einen Huni. Da haben wir 111. Der hier hat auch noch ein bisschen Material für Rüstung bauen. Ich hab erst verstanden für'n Gerüstbau, Alter. Ein Gerüst wäre auch nicht schlecht, ne? Ähm. Ey, hast du noch zwölf Kills? Irgendwas wollte ich grad... Äh, guck mal ja. Wegen noch Medical... Oh, leu. Fuck. Äh, ich könnte höchstens... Äh... Ne, ich meinst du mitnehmen für Protokollant, weißt du? Ich hab mir jetzt einfach mal drei gemacht. Okay. Oder Protokollant-Führer-Zeugs, whatever. 33 und... 33, auf jeden Fall die hier. Die anderen müssen wir gar nicht mehr looten. Nö. Ja, wir müssen nach Südost. Ernsthaft? Es... Es gibt einfach Momente, da musst du nicht nachfragen, wenn ich fahre. Hahaha, versteht. Ja. An sich, ich bin gerne der Fahrer, weil ich aus dem Automobil schießen kann und weil du den Revolver hast. Aber ich bin halt auch einer, der guckt immer so weit hinten, ob da irgendwo einer rumläuft. So, okay, an der guckst halt nicht. Ja, ja. Deshalb seh ich auch meistens, äh, wenn die weiter weg sind, nicht wenn die vor uns sind. Die seh ich dann nur, wenn die einmal durch mein Screen pameln. Tüsse irgendwo, oder? Oha, Magi? Ich hab nichts gehört. Ja. Wir hätten, äh, heute kein 20-Plus-Game gewonnen, ne? Das wird noch nachvoll. Ja, natürlich. Ja, mach mal jetzt so. Ja, die letzten zwei Tage waren ja Wins. Eine 20-Plus, das andere 15 oder so. Oder wie auch immer. Keine Ahnung, wie viele das waren. 14. 14. Aber wir haben halt keine Sniper. Das ist unser Nachteil. Oh, ja. Ah, ich hab' hit! Ziemlich gut sogar. Dann steigen wir hier unten aus. Alter, der hat mir Rüstung und Helm weggeschossen. Oh fuck 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 fuck. Das sind zwei. Lass uns bald aussteigen. Bald aussteigen. Aus. Einer ist raus von denen Die werden geplankt, die werden geplankt Der hintere ist richtig low Hey hinteren sind auch noch welche, hinteren sind welche, ins Auto Ich flute halt schon wieder Ich hab noch 20 nehmen Du hältst uns kurz durch Ich hab'n Mediket drin, davon zumal hab' ich ja 3-2-1 Kannst Alter, das ist das vierte Bandage und ich blut immer noch Okay, noch eine Krifte Rüstung, dann bin ich fertig Im Wald hinten sind die Da läuft einer den Berg hoch Ja, ich hab's gesehen Ja, das war ein bisschen näher Der Karre ist zwar fast im Arsch, aber Ich hab'n Pünkel, oder? Ja, die fighten gerade Raus oder nicht? Ja, raus Hier vorne steht einer Ich glaub' das war's Ja, hier liegen vier Lootbacks Ah ne, unten lohnt' am Bauch Hallo, mein Ame ist glaub' ich wieder da Ich glaub' mein Ame ist wieder da Ich glaub' mein Ame ist wieder da Neun Leute Ey, scheiß drauf Ich werd' jetzt nicht riskieren Ich hab' zwei Ersatzhemden und nicht eine Einheit zu los Wir müssen mehr nach Norden Das heißt, die da oben sind völlig kaputt Ja 33 ist das besser als die andere, ja, ne? Ja, 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 die andere hatte vier Ich hab' einmal nachgefüllt Oh, sorry Seht da vorne einer im Gas? Oder ist das bei mir ein Render-Bank? Äh, ich seh nix Oh, ne, ich glaub' das ist nur ein nicht gerendeter Stein Oh, fuck Sorry Ich seh den Drop Also wahrscheinlich ja Ne, wo? Richtung Nordrosten Reicht das? Ja, ne? Nein, weiter Richtung Norden Weiter Richtung Norden Ja, perfekt, perfekt Knauschinkner links Achso Für den Job, oder was? Ja, ja Achso, ne, das wird halt nicht nett Hinter uns fällt ne rote Karre den Berg runter Hinter uns? Immer eine Bandage Oh, die sind im Gas Die sind gut im Gas Die stanken wir uns Die Zone hört gleich auf Jetzt hört's auf Ich weiß nicht, ob die hinter uns kommen oder nicht Hoffen wir mal Ne, rechts oben auf dem Berg sind zwei siehst du die? Oh, Leute Pack 1 Ja, hab ich gesehen Ne, für den Drop würde ich jetzt nicht gehen Bei sieben Gegnern Also jetzt nicht provozieren für den Drop Ist er schon gelandet? Ja Wird halt ausschauen für ne neue Oben am Berg steht ne Kopfkarre Nice Zwei Leute Wollen wir die fighten? Ja Wäre sinnvoll, oder? Raus 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 Beide da Alter, was ist denn mit dir los? Ich schieße immer bloß alle an Achso Ich hab ja gerade meine zuletzte Rüstung gemacht Ja, ich würde auch sagen, dass wir die jetzt looten Aber der hat ein Makeshift im Auto Aber der hat alles im Auto, was ich brauche Ich würde halt nur noch Dinge nehmen Zwei Duct Tape Ja, ich bin voll AG 16 Wir brauchen noch vier Stück Dafür müsstest du einstecken Ähm, wir machen geradeaus auf dem Berg, siehst du, ganz hinten drücken Ja, 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 hab ich gesehen Holy shit Holy shit Aber ja, hab ich gesehen Wir sind zwei Hä, wo war der Drop denn? Der muss doch irgendwo bei uns dann sein, oder? Oder auch mal am Berg Ey, wir müssen jetzt alle Gegner holen für ein 20er-Game Äh, ja Wo ist die Zone? Oh, Flughafen Oder? Guck mal nach, ist Flughafen Wenn ja, kenne ich die Becker, ist ja nicht Ja, 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 ist Flughafen Oben, gerade hinter uns Hinter uns, okay Digga, die Bomben wollen uns doch, Mann Die provozieren's richtig, die Bomben Das ist perfekt, so Ja, äh Meiner Meinung nach, bis das Airfield ist vor uns gleich gekommen Wenn ich mich nicht ganz ir- Ja, doch Hinter uns Karre Ich hab's gehört, ja Ich hab's gehört Eine Cop-Cover Ich will einmal nach Einmal hab ich auch noch mehr getan Ja, den Key muss ich ja jetzt nicht aus der Cover nehmen, oder? Ja Äh, le- Geradeaus vor uns im Wald steht ne Cop-Cover Ja, ich seh's Vor uns ist auch ne Cover Eine Person Wollen wir die fighten? Ja, ne? Gerne, doch Raus Alter, wie alle Schüsse dahinter gelegen haben Bin ready Ja, die anderen haben auch ein Ding geschossen Von der anderen Seite Du hast sie nicht zufällig getroffen Nein, auf rechts wir noch Ja, raus, raus, raus Aber die Karre dürfte nicht mehr viel haben, Alter Vorne, der fällt auf die andere Seite Die nächste Zone ist soweit im Süden Ja Ja, die Zinsen ist auf unserer Seite Also auf der anderen Seite war ja eben noch ne Cop-Karre Entweder ist die rote Karre geswitcht, oder? Was halt geil wäre, wenn alles einzeln Einer-Teams, ja? Dass wir immer einzeln wegsnacken können Oh Da liegt ne AK schon neben, einer hat ne Sniper, aufpassen Also ich würde jetzt sagen, dass da ne Sniper drin war Wenn da ne AK neben liegt Ja Ja Sollen wir erstmal hier bleiben? Nehmen wir aus Aber einmal in Bewerbung bleiben Die Cop-Karre steht immer noch auf der anderen Seite des Ufers Ja Ja, Richtung Norden Äh, hinter nem Stein steht ne Cop-Karre Ich weiß nicht, ob du die meinst Ne, du meinst hier hinten im Wald, ne? Doch, die hinterm Stein Ähm Richtung Nord-Ost Im Wald steht auch eine Ja, wir sehen Äh, komm rein Ich weiß nicht, wenn hier noch in der Zone wäre, halt mega sick gleich Wo sind wir eigentlich? Wir sind safe hier in der Zone Ne, ne, ne Nein, das geht immer noch was nach vorne Nehm jetzt schon mal ne Bandage Ok, hab ich Ich hab bloß nur 43, aber ich muss aufpassen 43 Bandagen? Ja Oh, ist ja nicht mehr viel, ne? Ja, ich hab auch noch 22 Ah, hier in der Zone könnte kritisch werden, aber es könnte passen, ja Ja, doch, wir sind hier dran Da vertraue ich dir jetzt einfach mal Was sehe ich da eigentlich? Weißt du hinten dieses Holzstück da? Ja, ja Das sieht immer so aus Das hatte ich auch eben mit dem Stein, wenn der nicht richtig rendert Alter, die müssen doch alle irgendwo hier unten im Wald sein, Mann Geht doch gar nicht anders, guck mal wo das Gas da hinten ist Naja, nur vier Gegner, Alter Oder die schimmeln halt unten und haben uns gesehen Da ist ein Auto im Wald Richtung Nord-Ost Ja, ich seh's Und links von uns, links von uns Kommt genau Auf Holy Ist der tot? Der waren zwei drinnen scheinbar Du hast killed bei der Environment und einer Oh fuck Ne, der ist unten gestorben, der andere Oh, das wird nichts für 20 plus leider Oh, wieso haben wir den Kills nicht bekommen für den Typen? Ja, weil der vom Auto gestorben ist Das Auto ist halt dann verbrannt Oh, die haben einen Stift-Snapper Ja, wohl keiner schießt damit Okay Okay Weiter rett nach links weg Weiter rett nach rechts weg Weiter rett nach rechts weg Weiter rett nach rechts weg Ich sehe den links nicht mehr Ich hoffe den rechten Hard hit Kevlar weg Der zwei von mir Lass ihn von den rechten Der zwei hielt von mir und einen von dir Raus Der andere ist oben am Berg Der hat zwei Hits Der hat zwei Hits Wollen wir den auch pushen? Go Hinterm großen Baum ist der Nochmal zwei Hits Ja, ja, ist gewonnen Wollen wir den boxen? Nee, Alter, das werde ich den nicht riskieren Der hat insgesamt vier Hits Schade, wie viele Hits waren es jetzt? 16? 18, 18 Wir hatten 16 vorher Und die zwei jetzt Nice Wir haben eigentlich jeden Tag Okay, wir machen jeden Tag einen Hut Hehehe